Nachdem wir die Revolutionären Ist-Doch-Plan erstellt haben und sie damit positiv überrascht waren, dachten wir uns, hey, wir hören nicht auf, unsere Kunden glücklich zu machen. Das Produkt Ist-Doch schlug überall ein. Deutschland, Türkei, Uruguay, Schweden, sogar in Kambukistan. Dieses Mal ändert das Produkt nicht ihre Ernährung, sondern wie sie mit anderen Leuten umgehen sollten. Doch das war nicht alles. Wir wollten mehr und wir wollten sie glücklich machen. Sie haben einfach keinen Bock, immer nur zu nicken und der Netze zu sein. Immer zu sagen, ja, ja, alles ist okay. Nein. Sie waren ein Mobbing-Opfer. Sie konnten nichts dagegen tun. Sie werden jeden Tag geschlagen. Sie sind ein Hurensohn. Sie sind hässlich und sie können nichts dagegen tun. Wie es aussieht, gibt es keinen Ausweg. Haben wir das Produkt Ihnen schon gezeigt? Hahaha, nein. Denn es ist das. Halt deine Schnauze. Mit dem Neuen. Halt deine Schnauze. Können Sie jeden die Schnauze halten lassen. Dein Freund labert einfach wieder viel zu viel Scheiße und du willst es nicht hören? Dann sag es einfach, los. Deutschland, Schnauze. Super gemacht. Siehst du, er steht auf. Du kannst dich freuen. Die Freundin labert wieder viel zu viel und das nicht über Sex. Kein Problem. Sagen Sie das Wort. Halt deine Schnauze. Du hältst deine Schnauze jetzt, doch keine Pesto. Halt deine Schnauze jetzt. Okay, das war ein bisschen zu viel. Wir gucken, wie sie reagiert. Ist das dein Ernst gerade, Junge? Junge, was ist los bei dir? Schatz, übertreib doch nicht. Schatz, ich hab's nicht so... Nein. Denkst du, ich mach das? Denkst du, ich mach das bei dir? Junge, halt die Maul. Tschüss. Huranzoom, was ist los bei Ihnen, Alter? Mehmet! Fuck! Fuck! Oh, das lief nicht so gut, aber nicht schlimm. Es geht weiter. Jemand macht dich fertig. Komm, trau dich, trau dich. Sag es, sag es. Los! Du hältst deine Schnauze. Und du hältst auch deine Schnauze. Ja, deinem alle, deine Schnauze, ihr Hohenzahn. Wow, das war definitiv viel zu viel. Huranzoom, komm her, Mann! Wir haben dieses Produkt an Menschen getestet. Und hier sind ihre Meinungen zu diesem Produkt. Ich hab das gemacht. Und ich hab meine Freundin weggebracht. Und ich hab jetzt niemand mehr. Die haben mir in die Fresse gehauen. Acht Leute hintereinander. Und sie wollen mir sagen, dass das was hilft. Jetzt gibt es nur noch eine Sache, die sie tun müssen. Und das ist das Wichtigste. Heute. Und zwar, die Schnauze zu halten. Hahaha. Hahaha. Das Junge hat dein Schnauze. Du hast meinem Freund alles weggenommen. Ist das dein Ernst, Junge? Werd dich angelogen, du hässiger Junge. Wer ist mein Name? Mein Name ist Güle. Hiss dich, Wallah. Halt deine Schnauze. Yo, Bros, es ist das, was gerade passiert. Hier ist der Energy. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da und abonniert mich. Und vergesst nicht, auf den Powerbros Channel raufzugehen. Und zu abonnieren. Ganz einfach. Alle Links sind noch in der Beschreibung. Und so alle. Okay, einfach in der Beschreibung reingucken. Instagram, Facebook, bla, bla, bla. Und ich hoffe, das hat euch gefallen diese Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche. Waaaa! 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 Ha 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 ha!